Die sechs aufgewärmtesten Wichtelmomente aller Zeiten mit ihrer Moderatorin Flamia Sumplo. Puh, wieder eine Woche rum und ich habe immer noch das Gleiche an. Hier kommt unser Platz vier der sechs aufgewärmtesten Wichtelmomente aller Zeiten. Auf unserem Platz vier versuchen die Wichtel deine Freunde zu einem Weihnachtsalbum zu überreden. Hier sind die drei lustigsten Momente. Das waren die drei lustigsten Wichtel-Abblitzmomente auf unserem Platz vier. Ja also die Wichtel haben echt nicht locker gelassen. Ich habe noch nie erlebt, dass uns jemand so hartnäckig versucht hat so ein Weihnachtsalbum zu überreden wie diese drei. Jetzt fragt er auch noch drei. Ja, er meint uns. Uns? Ja, wir sind zu dritt und auf Platz vier sind die drei lustigsten Wichtel-Abblitzmomente. Ach so. Was ist das hier? Das ist doch völlig wahnsinnig. Wir können doch jetzt nicht jedes Jahr wieder über unser Weihnachtsalbum reden. Doch, doch. Und dieses halte ich zufällig in der Hand. Tolles Ding. Bald geht es weiter mit Platz sieben, neun und fünfzehn. Geben Sie gut auf sich acht und bleiben Sie zwölf. Vergessen Sie nicht unser weihnachtliches Gewinnspiel. Wir verlosen sechs handsignierte Deine Freunde das Weihnachtsalbum Vinyl, die garantiert noch rechtzeitig unter Ihrem Weihnachtsbaum liegen. Schicken Sie uns einfach eine Postkarte mit dem Kennwort Wichtel an deine Freunde Postfach 203228 in 2022 2 Hamburg. Ein Sendeschluss ist der 12.12.21. Viel Glück!